Hi und willkommen zum neuen Video. Heute geht es direkt um zwei Produkte. Zum einen das Headset AOG Delta S Animate und dann noch die Tastatur AOG Strix Flare 2 Animate. Was es mit Animate auf sich hat und was es noch Neues gibt, das und mehr nach dem Intro. Los geht's! Zu Beginn schauen wir uns an, was im Lieferumfang dabei ist und den Anfang macht hier das AOG Delta S Animate. Also packen wir das mal aus. Zum einen ein bisschen Schaumstoff, dann wieder eine kleine Widmung. Und dann hat man auch direkte Sicht auf das neue Headset. Und hier drin ist dann noch so ein kleiner Karton, dazu kommen wir gleich. Hier ist das Headset und kommen wir mal ganz kurz zu der Technik. Ihr habt hier drin ein hochauflösenden Quad DAC. Das heißt, ihr habt ein DAC für jeden Frequenzbereich, also niedrig, mittel, hoch und ultra hoch. Das Ganze führt dann zu einer verlustfreien Audioverarbeitung. Viele Headsets haben halt nur einen und was es noch bringt, ist ein beeindruckender Rauschabstand. Was das ist, wusste ich zuvor auch nicht, aber wir haben ja noch den Clip aus dem anderen Delta S Video. Der Signal Rauschabstand ist eine wichtige Eigenschaft für Gaming-Headsets, insbesondere bei Ego-Shooter-Spielen. Ein höherer Signal Rauschabstand ermöglicht es dir, die Position feindlicher Schritte genau zu bestimmen oder den Standort von Schüssen oder Explosionen ins Visier zu nehmen. Mit seinem Quad DAC designen liefert das Audi Delta S einen bislang einzigartigen Signal Rauschabstand von 127 Dezibel. Ein Pegel, der von Single DAC Gaming-Headsets nicht erreicht werden kann. Ich habe das Ganze mal ausgiebig getestet und ich muss sagen, der Sound war wirklich gut. Zudem muss ich gestehen, dass ich solche Spiele in letzter Zeit eher seltener spiele, aber dafür war die Runde ganz okay. Okay. Und ja, das war auch ich in dem Video. Und mittlerweile ist der Wert sogar bei 130 Dezibel, also noch besser. Des Weiteren ist hier noch ein Quick Start Guide bei, dann ein Adapter von USB-C auf USB 2.0. Und hier ist USB-C dran direkt am Headset und das könnt ihr quasi an Smartphone anschließen, Switch, Playstation 4, Playstation 5, PC und Mac. Dann habt ihr noch ein ansteckbares Mikrofon mit AI Noise Cancellation und das könnt ihr hier ganz normal anstecken. Und dann habt ihr ein Headset mit Mikrofon. Wer hätte es gedacht. Und für alle die, die kein Mikrofon brauchen, so wie ich jetzt hier unten speziell, kann man das einfach abziehen und dann wieder in die Verpackung tun oder dahin. Kommen wir zum Highlight, warum das Ganze Animate heißt. Und zwar befindet sich hier das Anime Matrix Display, auf der anderen Seite auch, mit 245 LEDs, wo ihr entweder vordefinierte Designs durchlaufen lassen könnt, so wie jetzt gerade, oder ihr könnt auch eigene mit der Software erstellen. Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Selbstverständlich hat das Headset auch Bedienelemente. Ihr habt hier zum Beispiel einen Lautstärkeregler mit einer Mute-Taste fürs Mikrofon, wenn es dann angesteckt ist. Und dann habt ihr hier noch einen Schalter, womit ihr das Anime Matrix Display steuern könnt. Also ihr könnt es einmal in dem vordefinierten Modus schalten, dann ausschalten und dann gibt es noch den Soundwave-Modus. Passiert es noch nicht viel, aber wenn das Mikrofon angesteckt ist, reagiert es im Grunde auf eure Stimme. Und dann, je nachdem wie es dann eingestellt ist, reagiert es dann oder auch nicht. Dann habt ihr dabei noch ergonomische Ohrpolster. Also ihr habt einmal diese hier aus 100% Proteinleder oder diesen Hybriden aus Proteinleder und Stoffmesh. Ich glaube, ich würde das Stoffmesh nehmen. Und das alles wiegt nur 310 Gramm. Also keine Ahnung, ob das wenig ist, weil ich weiß nicht, was andere Headset wiegen. Aber klingt gut. Jetzt denken sich viele vielleicht wofür, weil man hat das Teil ja eher auf dem Kopf. Zum einen vielleicht, wenn man streamt, dann hat man das ja auch sichtbar für alle anderen, was ganz cool ist. Aber ich finde es schon cool, wenn es irgendwo so steht. Also wenn ihr das gerade nicht aufhabt und da dann irgendwas drauf habt, finde ich das schon sehr cool. Kommen wir jetzt zu Strix Flare 2 Animate mit erstmalig komplett austauschbaren Switches und dem neuen Animatrix-Display hier oben in der Ecke. Und wir gucken uns jetzt erstmal den Lieferumfang an. Hier ist zum einen eine Kurzanleitung drin, wie man die Handballenauflage dran macht, weil da gibt es einen kleinen Kniff bei. Dann befindet sich hier drin, oh die Werkzeuge. Einmal etwas für die Keycaps und ich denke mal, der ist für die Switches. Dann habt ihr hier noch einen Quickstart-Guide und ein paar Aufkleber dabei. Die Handballenauflage und die Tastatur. Ganz kurz zu der Handballenauflage. Ich habe ja gesagt, dass es da einen Kniff bei gibt. Und zwar müsst ihr den Light Diffusor abmachen, damit ihr dann die Handballenauflage auch gut da dran bekommt. Magnetisch, versteht sich. Aber wie gesagt, magnetisch rastet die ein. Und warum man diesen Light Diffusor abnehmen kann, zeige ich euch auch mal. Den Diffusor nimmt man raus, weil diese Handballenauflage ebenfalls eine Lichtleiste hat. Und deswegen, damit das Licht bis dahin durchkommt, muss man das hier rausnehmen, damit die Handballenauflage dann auch leuchtet. Und wenn man das jetzt hier so abnimmt, dann sieht man auch hier die LEDs drin. Da könnte man jetzt diesen Diffusor wieder reintun. Und dann sieht es dann so aus. Okay, Handballenauflage Check zur Tastatur an sich. Hier vorne ist das Anime Matrix Display. Das zeigt das vordefinierte Design an. Wir ändern das ja gleich nochmal am PC direkt. Dann habt ihr hier noch Media Controls. Die werden auch noch angezeigt, wenn ihr die ändert. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier die Pause-Taste oder Play-Taste drückt, wird das Ganze auch hier angezeigt. Oder Lead weiter oder Lead zurück. Dann Lautstärke-Regler habt ihr noch. Da habt ihr auch direkt eine Anzeige, wie weit das geht. Dann könnt ihr hier noch die Windows-Taste sperren. Mit so einem Schloss sehr cool. Und hier ist dann nochmal die Beleuchtung. Da könnt ihr einstellen, wie viel Licht ihr bei der Aura-Beleuchtung haben wollt. Wenn ich halt das Ganze mal schräg, dann sieht man es vielleicht besser. Oder auch abschaltbar. Hier im oberen Bereich ist noch ein USB-Anschluss. Deswegen habt ihr an dem Kabel auch zwei USB-Anschlüsse. Einmal für die Tastatur und einmal für diesen Anschluss. Und da das mit den auswechselbaren Tasten das erste Mal in dieser Tastatur ist, würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Zum Austauschen sollte man die Tastatur natürlich nicht angeschlossen haben. Und dann nehmen wir einfach mal ein Keycap ab. Das war dann das Keycap. Und mit dieser Zange einen Switch. Okay, krass, das war echt easy. So, und dann kommt die Taste einfach wieder da rein und dann den Keycap da drauf. Und jetzt gucken wir uns noch mal ganz genau das Anime Matrix Display an. Dafür werde ich die Tastatur wieder anschließen und dann öffnen wir die Software und gucken mal, was wir da einstellen können. Also da und hier. Einstellen könnt ihr das Ganze über Armory Crate. Hier im oberen Bereich gibt es einen neuen Abschnitt und zwar Anime Matrix. Hier kann man jetzt entweder an der Tastatur oder an dem Headset das Display ändern. Und wir beginnen mit der Tastatur. Zum einen könnt ihr hier eigene Bilder hochladen. Da muss ich allerdings sagen, ist ziemlich schwierig, weil das Display ist relativ klein. Also da müsst ihr wirklich gucken, welche Symbole bzw. Bilder ihr da nehmt. Aber es gibt auch einen Haufen von vordefinierten Bildern. Und die könnt ihr dann einfach reinziehen. Noch mehrere und dann laufen die in der Schleife durch. Zumindest sobald man auf Effekt anwenden geht. Und sollten euch die Designs nicht reichen, ihr könnt auch noch mehr herunterladen. Und hier gibt es echt viele drin. Und dann könnt ihr halt noch alle an einstellen, wie schnell die Sachen durchlaufen sollen, langsam oder schnell. Dann gibt es hier noch Animationseinstellungen mit dem Kontrast, Helligkeit und der Verzögerung. Und ihr könnt natürlich nicht nur den Animationsmodus nehmen, sondern auch den Systemmodus oder den Audio Modus. Allerdings habe ich jetzt gerade kein Audio an, deswegen passiert da nicht relativ viel. Aber wir gehen nochmal in den Systemmodus rein. Und hier kann man zum Beispiel einstellen, Mail, dann noch die Uhr, einen Wecker, sofern ihr euch eingestellt habt, Datum und Kalender. Aber wir gehen mal wieder auf den Animationsmodus. Dann löschen wir hier die nochmal und dann nehmen wir nochmal hier unten welche. Und Effekt anwenden. Und bei dem Headset könnt ihr dieselben Einstellungen vornehmen, bis auf, es gibt keinen Systemmodus, es gibt hier nur den Audio Modus und den Animationsmodus. Hier könnt ihr auch vorgewählte Designs auswählen oder aber auch eigene hochladen. Und eine kleine Besonderheit noch, ihr habt ja zwei Displays an dem Headset, also einmal links und einmal rechts. Da könnt ihr halt auch unterschiedliche Sachen hochladen oder ihr synchronisiert das Ganze, dann habt ihr auf jeder Ohrmuschel dasselbe Bild am Start. Ah ja, was ich gerade noch nicht gezeigt hatte, es gibt auch Texteffekte, die könnt ihr natürlich auch noch einbauen. Alles in allem zwei sehr, sehr coole Produkte, schreibt ganz gerne mal eure Meinung zu diesen Produkten in die Kommentare und ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüss.